Grüezi zusammen! Bevor das Video richtig startet, möchte ich noch gerne noch eine kleine Info geben. Nach diesem Video werde ich noch eine kleine Umfrage machen, ob ich noch Chapter 2 nach Poppy Playtime spielen sollte oder Hausflipper oder der dritte Variante ist natürlich Hamster Playground. Ich werde nach 1 oder 2 Tagen nach dieser Upload noch im Instagram eine kleine Umfrage oder ihr könnt noch natürlich in den Kommentaren schreiben, was ihr wollt. Und natürlich viel Spaß bei dem Video! Grüezi und Willkommen in weiterer Folge von Poppy Playtime. So, ich habe mal Offline weitergemacht, aber nur nicht zum nächsten Checkpoint und ich werde euch noch besser unterhalten, legen wir los und ich weiß, wo wie wo die Tür geht. Meine Güte, blaue Fischstäbchen! Und ich werde euch noch mal rein und runter. Ah, der Snaffer-Kitzel. Irgendwo auf der rechten Seite, schön verwischt. Nein, 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 er ist so hinten. Nein, falsch! Wo geht's, wo geht's? Da runter, hier, da, und... Komm! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Och ciao! Ciao, ciao! Boah, tschüss, tschüss, und er fliegt weiter. Boah, mein ganzer Körper macht nur so. Nur so. Das war anspannend, live, so. Die ganze Zeit. Boah, ich kann nicht aufhören, dass so ein Neffen-Kitzel bucht. Boah, aber sehr, 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 sehr knapp. Trinkig. Von aller Feinsten. Ich frag mal, was ist das für eine Fabrik? Es geht ja... Es geht tief runter. Boah. 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 Hiiii. Hey, kann ich... Komm, ich versuche es mal. Wenn sie es treffen. Hii. Hallo, hallo! Aha! So geht's. Ich will jetzt gar nicht wissen, was nächste kommt. Aber ich schaue jetzt in aller Ruhe dieser Kassette an. Videokassette. Nein, nichts für mich. Nein. Aber es geht wirklich tief runter. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Nee. Ei, ei, ei würde gerne wieder zurückgehen. Danger. Hallo? Wo bin ich hier gelandet? Ich hasse das jetzt schon. Ich... Auf einem Musikhintergrund auch noch. Das heisst nichts Gutes. Hallo? Ganz ehrlich, ich will nicht weiter gehen. Ähm. 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 Jetzt will ich gleich genau sagen, was Musik anbelangt. Jedes Horrorspielen, wenn die Musik aufhört, kommt irgendwo... Wow. Schönes Zimmer. Ja, ja. Hallo? Hallo? Das rote Licht, das gefällt mir auch nicht. Hallo? Ja, ja. Okay, das erste, sag mal so, die erste Etappe ist erledigt. Es hat zwar noch ein zweites, aber wenn mehrheitlich für Chapter 2 ausgewählt hat, dann mache ich natürlich gefasst. Und wenn nicht, wird einer von diesen zwei Hausliebenorten Amsterdam Playground weitergegeben. Und sogar, und später, 2023, Chapter 2. War schon ganz aufregend. Vor allem, dass Verfolgung sagt, Mein lieber Scholli, sag ich nochmal. Und jetzt ist nochmal mein Bildschirm schwarz. Ja. Ja. Unterdessen, sag ich nur, es ist zwar ein kurzes Video, aber ich habe es Gott sei Dank noch gepackt. Ich fliege weiter durch die Diabese Game. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns bald wieder. Euer Alex der Frey. Tschö. Mit. Ö. Tschö. 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 Tschö.